Laut Berichten der New York Times könnte ein hoher Funktionär im kommunistischen Regime Chinas hinter den Angriffen im letzten Jahr auf Googles Computersysteme stecken. US-diplomatische Nachrichten, die zu WikiLeaks durchsickerten, deuten darauf hin, dass Li Changchun, ein Mitglied des Politbüros, für die Attacken verantwortlich war. Die New York Times zitiert eine Nachricht vom 18. Mai 2009. Li habe seinen Namen auf der internationalen Webseite google.com gesucht. Die Ergebnisse der Googlesuche fand er kritisch über ihn. Eine andere Nachricht von Anfang 2010 zitiert eine chinesische Person mit familiären Verbindungen zur kommunistischen Führung. Sie sagt, dass Li eine Attacke auf Googles Server in den Vereinigten Staaten leitete. Li ist Propagandachef der kommunistischen Partei und steht hinter der Internet-Zensurmaschinerie des Regimes, der großen Firewall. Ob der Propagandachef die Attacke auf Google auch plante, ist nicht klar. Die Quelle der Nachricht sagte zur New York Times, dass Li die Kampagne gegen Google in China überwachte. Wer die Google-Attacke ausführte, sei jedoch unklar. Die diplomatischen Nachrichten brachten auch ein anderes Mitglied des Politbüros mit den Angriffen auf Google in Verbindung. Chinas Regimes höchster Sicherheitsfunktionär Zhou Yongkang hatte demzufolge zusammen mit Li die Aufsicht über die Google-Attacken. Google hat Anfang des Jahres seine Suchmaschine vom chinesischen Markt genommen. Nach den Angriffen auf ihre Server weigerte sich Google weiter für Chinas Regimesuchresultate zu zensieren.